Auf geht's Musikanten, jetzt kommt eure Show. Ihr gebt alles, was bei sich und das freut uns auch so. Auf geht's Musikanten, ihr schenkt uns Musik. Die geht uns zum Herzen und bringt immer das Glück. Wunderschöne Landschaft, tolle Sehenswürdigkeiten und ca. 7000 Einwohner. Das ist die Stadt der 21 Türme, nämlich Greding in Deutschland, aus der ich Sie recht herzlich begrüße zur neuen Ausgabe von Auf geht's Musikanten. Als musikalische Reiseführer sind heute für Sie mit dabei die jungen Zillertaler, Monika Martin, Markus Wolfert, die Isartaler Hexen und noch viele mehr. Also seien Sie wieder mit dabei mit unserer musikalischen Reise durch Greding und ich wünsche Ihnen dazu viel Spaß und gute Unterhaltung und sage wie immer, Auf geht's Musikanten! Badespaß am Wagersee, so schön ist der Sommer. Erdbeereis im Strandcafé, so schön kann es sein. Grillvergnügen, kühles Bier, so schön ist der Sommer. Ja, das eine sag ich dir, happy Sommerzeit. Es ist wieder Sommerzeit, hey sag mal, ist das nicht ein Traum? Bei guter Laune ist Sonnenschein, ja, 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 nach dem Burschenschau. Es ist wieder Sommerzeit, hey Mann, ja, da kommt Stimmung auf. Ein wieder freut es sich darauf, weil jeder Sommerfeeling braucht. Hey la la la, da ist die Sommerzeit, hey la la, da ist die Sommerzeit. Hey la la, da braucht die Laune nur, Sommerlaune pur. Hey la la la, da ist die Sommerzeit, hey la la la, da ist die Sommerzeit. Hey la la la, da braucht die Laune nur, Sommerlaune pur. Stimmung gibt's beim Open Air, so schön ist der Sommer. Party, Flirt und noch viel mehr, so schön kann es sein. Radl von in der Natur, so schön ist der Sommer. Das ist Lebensfreude pur, happy Sommerzeit. Es ist wieder Sommerzeit, hey sag mal, ist das nicht ein Traum? Bei guter Laune Sonnenschein, ja, 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 nach dem Burschenschau. Es ist wieder Sommerzeit, hey Mann, ja, da kommt Stimmung auf. Ein wieder freut es sich darauf, weil jeder Sommerfeeling braucht. Es ist wieder Sommerzeit, hey Mann, ja, da kommt Stimmung auf. Ein wieder freut es sich darauf, weil jeder Sommerfeeling braucht. Ein wieder freut es sich darauf, weil jeder Sommerfeeling braucht. Ja, liebe Musikfreunde, genau hier hat unsere heutige musikalische Reise durch Greding begonnen. Aber leider ist diese Stunde schon wieder vorüber und ich bedanke mich bei Ihnen im Namen des gesamten Teams recht herzlich fürs Dabeisein. Wir hoffen, Ihnen hat es wieder genauso viel Spaß gemacht wie uns und ich freue mich, Sie für das nächste Mal gleich wieder einladen zu dürfen, wenn es wieder heißt Auf geht's Musikanten. Bis dahin sage ich danke und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, Ihr Stefan Luca.